So, mein Lieber! Hey! Olaf, altes Haus! Lange nicht mehr gesehen! Kai, ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind für VOX Bewerbung. Ich habe hier schon was vorbereitet in meiner Tasche. Einmal hier, ersten Tropf. Auch ich! Und der zweite... Eine Wahnsinns-Tasche! Frische Möhren habe ich auch schon eingekauft. Hammer! Und hier, jetzt noch noch! Super! Frische Zucchinis, alles dabei! Das wird eine Nummer! Kai, ich habe ja keine Ahnung. Ich habe mich total eingelesen. Und zwar in dieses Buch mit Backen ohne Mehl und Kochen ohne Fett. Stricken oder Wolle? Genau, das ist ein Buch! Und ich freue mich schon, ich weiß gar nicht... Wie wollen wir denn unser Gericht für VOX nennen? Hamburger Fischkopf im Niederrhein-Mantel. Hör mal! Das ist die Idee! Und da glaube ich doch... Da kommen wir super mit ins Geschäft! Wie war das? Hamburger Fischkopf im Niederrhein-Mantel!